mo leute und wie ist passiert keiner weiß ist halt du in einem ausgestellte aufnahme und können halt nichts so wirklich augen ist nur das ende aber ich habe in der es wäre so weise so eisen ich habe jetzt das da durch eisen golem das er getradet ja halt einmal auch durch eisen und die villager habe außerdem geschlagen ihr sind aber wieder normal außer der eine mit den hellen ja was unser ziel ist eigentlich eine höhle zu finden die ja damit es ob sie die an tage um zum unrüstung nein tente brauche ich halt nicht aber nehme ich halt die mitte waren ich sie da halt nun mal war wie baut man schmelzofen wie macht man sich nicht schnell so und das weiß ich halt gar nicht kann man halt nicht kraft und ich würde trotzdem das nehmen obwohl es schade ist aber leider weil wir auch halt ja halt wir müssen halt das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich auch nicht das nicht das nicht dies kann schon nutzt sie ja doch das schon erde holz mehr holz essen habe ich genügend feuerzeug kann ich noch habe nicht zwingst nicht bett schon bogen ja bleibt feine apfel essen glaube ich halt nicht das auch nicht einmal und dann vielleicht nicht einmal jetzt nicht boot feder nicht der und das war ein gleicht holz noch die koordinaten merken tausend zu tausend ich mache kurz ein foto davon auch damit ich mich merken kann ja ja dann versuchen halt kein f12 zu drücken weil dann ist es halt scheiße mehr wenn tausend haben genau im raum liegt gerade gar nicht höhle gegen so ist gar nicht nein ja dann brauchen wir halt dann gehen wir zu diesem berg da auf eine frisch zu fällen stronghold zufällig ohne ohne ende augen das wär mal was wieso mache ich das berg so ganz kleiner berg ist viel größer ist das andere dorf gehe ich mal dahin um eisengolem zu killen fünf war wir dann halt ein fuhr oder halt sowas also hier war ich schon ich glaube ich habe es nicht aufgenommen weil es war wieder mal gestern die aufnahme kaputt und wieso ist hier kein eisengolem eisengolem das ist interessant eisen ist schon nett das ist halt sehr interessant und bitte halt dann auch nicht sterben ich glaube es war ungefähr so ich 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 Äh, ja, weiß ich nicht. Es ist halt wieder Nacht, aber ich schlafe jetzt, ich habe jetzt Bett, ich mache den Fehler nicht, nochmal wie bei der zweiten Folge, was ich glaube nicht wieder gesehen wurde, komplett. Denn ich habe kein Bett gehabt und bin gestorben. Speicherstand? Cool. Freie mich, auch wenn man so Glück hat, kriege man mehr Kohle anstatt nur einen. Aber jetzt das Eisen. Äh, ja, jetzt wo ist das? Ähm, so. So. Guck mal, wie das schnell geht. Es geht so langsam, das so in der... Dann jetzt Essen. Hätte ich ein Eisen mehr noch, hätte ich dann Hose. Ja. Dann habe ich auch Hose. Und ich will sogar noch, ich will sogar noch ein Eisen noch. Ähm, halt jetzt so. Und jetzt da. Crafting Table habe ich komplett vergessen. Noch Schuhe. Oh mein Gott. Jetzt einmal. Ich will sagen, es lohnt sich nicht nach unten, weil man da weiß halt nicht, was da ist. ist. Und das war's. Ah, es muss aber hier seine Hose. Und Kupfer nehmen wir auch mit. Keiner weiß wofür. Ich brauche sie aber. Nehmen sie trotzdem mit. Ja. 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 creeper wieder mal gegen so ein schweiß oh mein gott nein wieder fast meine rüstung wieder koordinaten 1000 60 so ungefähr das 2016 also natürlich unbedingt jetzt die minut will ich es unbedingt haben warte ich schau mal z koordinaten andere lichtung andere lichtung minus und keine plus koordinaten weit kann ich mich wirklich nicht so minus 1079.331 6 3 minus 4 8 9.9 61 so vielleicht oder so 1 0 0 7 9 6 3 4 8 9 ja scheiße es geht halt nicht so so ich hoffe ich finde es dorf aber das erfahrt ihr nächstes mal ob ich das ob ich den dorf gefunden habe oder nicht abonnieren abonniert mich leichtes video aktiviert die glöcke werden nichts verpasst